Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Saurian bei Rocks Quarter Gaming. So, wir gehen direkt ins Spiel rein, ohne großes Trara... Hallo? Machst du auch mal was? Irgendwie... Ah, danke. Geht doch. Also, wir sind das letzte Mal stehen geblieben als Jäger und flüchten da von einem T-Rex. Mein Ploppschutz vibriert, liegt wahrscheinlich an mir. Ähm, alle die am Sonntag Monkey Island geguckt haben... Denen wird bestimmt aufgefallen sein, dass meine Stimme bzw. meine Nase nicht ganz in Ordnung ist. Das hat sich auch bisher noch nicht geändert. Es ist nach wie vor... ...bin ich ein wenig angeschlagen. Aber das ist schon okay. Das schaffen wir schon. Weh, du kackst jetzt ab. Du kackst ab. Ups. Ups. Ich weiß nicht, dass es schon mal gecrashed ist. Aber warten wir mal ab, ob sie jetzt wieder crasht. Ich hoffe doch nicht. Das lerne ich auf jeden Fall schon mal schneller. Ähm, also, wir sind von einem Rex davon gerannt. Wir haben uns Nahrung besorgt. Und ich hoffe mal, dass wir jetzt den nächsten Entwicklungsschritt gehen werden. Also wachsen wäre so mein Wunsch. Ah ja, jeder hat jetzt gesehen, äh, ich benutze den Open Broadcaster hierfür. Äh, ich benutze ein Billig-Mikro von Shure. Ich mag das Mikro, weil das eigentlich eine relativ gute Qualität gibt für das, was man macht. Ach ja, ich stehe hier jetzt blöd rum. Äh, wie war das noch? Also, ich muss noch, ich glaub, einen Tag rumkriegen. Äh, wir bewegen. Nahrung, ich sehe Nahrung. Happa, Happa für den Papa. Noch mehr Happa, Happa für den Papa. Oh, das ist so ein Geschwisterchen. Oder nicht? Wir bewegen uns mal. Also. Da ist definitiv Nahrung. Haben wir schon mal gesehen. Und da unten steht auch hoffentlich Nahrung. Die ich jetzt eigentlich nicht brauche. So, mein Nase juckt. Äh. Puh. Puh. Entschuldigung. So. Schauen wir mal. Was machen wir jetzt? Äh. Jagen wir jetzt? Oder jagen wir nicht? Okay. Du bist ein. Kleiner Troodon. Troodon. Komm her. Wird sich verstecken. Vor mir. Da ist das andere Tier. Hier. Hier war noch ein zweiter. Ein zweiter. Wo bist du hin? Hakt aber ganz schön, ne? Äh. Wo ist er hin? Ich sehe dich. Du bist hier. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich sehe dich bewegt. Also. Wir. Wir brauchen als aller erstes Wasser. Weil. Durst haben wir ja trotzdem, ne? Ah, mein Handy geht. Jawoll. Nochmal was getrunken. Nochmal einen Schluck. Und jetzt... Komm her. Ich krieg dich. Noch ein Viech. Da irre ich mich jetzt. Hallo. Aber hallo. Ha, erledigt. Oh, Futter. Oh. Aber viel Lebensenergie hab ich jetzt grad nicht mehr, ne? Futter, Futter, Futter. Ist das denn ein Kroko? Ja, wir futtern. Wir müssen ja auch schließlich wieder Kraft tanken. Also wie gesagt, wir brauchen Energie. Gehen wir jetzt uns wieder durch das Futter. Ich hoffe mal, dass wir hier oben uns ein bisschen ausruhen können. Mit Blick auf unsere Beute. Da ist unsere Beute. Äh, F. Oh. Oh, damit kann ich schreien. Cool. Äh, hold C. Okay. Cool. Eine Entwicklungsstufe höher. Und das nach sieben Minuten. Äh, ging ja flott. Oh, cool. Ich kann nur springen. Ich will viel schneller. Cool, cool, cool. Brauch ich jetzt größere Nahrung? Bin ich jetzt erwachsen? Ich glaub nicht. Oi. Das kann ich auf jeden Fall mit einem bisschen runterschlucken. F ist schreien. Okay. Gibt's hier noch was, was ich jetzt neu wissen müsste? Äh, Controls. Ich spiel beides. Ich spiel auch, äh, ob mit Controller oder mit Keyboard. Beides. Trot, Zauber, okay. Send E. Secondary Attack. Hab ich noch nicht. Freight Stick B, Byte. Ja. Sit, Sleep, Freight Display. Okay. Äh, gut. Aber ich müsste trotzdem Secondary Attack schon haben. Trot, Toggle, okay. Gucken wir mal. Das ist cool. Also mit Maus. Läuft das alles ein bisschen flüssiger? Ich bin schon größer. Eigentlich müsste ich auch dann größere Nahrung zu mir nehmen können. Ein Heli. Bei mir fliegt ein Heli rum. Ja, ich bin auf jeden Fall groß. Ich würde sagen, Sub-Adult. Äh. Ich würde sagen, hier müssen wir noch unfähige anderen Lebewesen sein. Irgendwas, was man futtern kann. Oder trinken. Trinken wäre gut. Gut. Okay. Ah. Es hackt. Es ist auf jeden Fall kein Salzwasser, was schon mal gut ist. Gibt's hier keine Beutetiere für mich? Doch. Ein... Toter. Ein Toter. Wow. Wow. ich habe die hälfte meiner lebensenergie verloren wegen dem zwerg ich bin noch einmal drüber gesprungen aber trotzdem ich bin ein großer jäger geworden was ist das das auch einer das ist ein vatertier und ein mamatier und das ist größer als ich ich sollte mich mal verziehen weil ich halt noch kleiner bin ja klar immer mein futter danke was ist das okay Oh, oh. Oh, shit. Geil. Ein GroKo hat mich umgebracht, weil ich nach hinten geguckt hab. Ähm. Das erste Mal, dass mich ein GroKo gilt. Ähm. Wir laden wieder mal. Geht heute relativ schnell, dass wir sterben. Das Spiel nicht will. Äh. Wir haben relativ schnell das nächste Level erreicht. Relativ schnell gejagt. Das GroKo hat mich überrascht. Das Männchen, Weibchen, wie auch immer. Auch. Jetzt gucken wir mal. Wir sind... Wo ist meine Nahrung hin? Äh, Nahrung hatte ich ja gefressen. Hier. Na, ich wollte eigentlich was anderes mal erleben. Oh, oh. Ja, okay. GroKo interessiert mich nicht. Ich überlege. Oh, könnten wir jetzt noch jagen. Mh. Haben wir noch hier irgendwo einen... einen lecker Troodon. Ich mach komische Geräusche. Äh. sich irgendwo Troodon. Den man verputzen könnte. Hier war doch vorhin einer. GroKo? Kein GroKo. Das wäre ein Tier. Äh, Cent. Äh, irgendwo was? Nein, näher. Nein, natürlich nicht. Irgendwas zum Jagen? Natürlich nicht. Nichts. Ja, Pachy. Noch ein Troodon. Nix. Hm. Ich müsste eine Entwicklungsstufe höher kommen. So schnell wie möglich. Da senden sich irgendein Viech. Könnte man jagen. Nein, die gibt schon wieder welche. Sachen von sich. Oh Gott. Äh. Ein Vogel. Scheiße. Zu langsam. Bist du ein Troodon oder einer von uns? Du bist einer von uns. Und schon wieder dort. Geil. Das war ein Revierkampf. Äh. Ja. Ich glaube, Revierkämpfe sind nicht mein Ding. Ja. Gucken wir mal. Ich bin noch nie so oft gestorben in dem Spiel. Äh. Ja, okay. Ist doch kein Wunder. Ähm. So schnell hintereinander. Sagen wir es mal so. Ich dachte eigentlich, das wäre Nahrung. Und drückt den auf den falschen Knopf. Äh. Cool. Schauen wir mal. Äh. Nahrung. Mein Handy. Spinnt gerade ein bisschen. Ach so. 15% Akku. Cool. 23 Nachrichten. Wir brauchen Essen auszutrinken. Dann. Wollte ich sagen. Brauchen wir dann nach. Na. Ein Raum. Aber ich weiß nicht wo. Ist auch einer von uns. Ich will ein Troodon. Ich will nicht Revierstreitigkeiten haben. Ich will irgendein Lebewesen. Was ich töten kann. Was ich essen kann. So. Lass mal überlegen. Wo? Gucken wir hin. Nahrung zu kriegen. Schnell. Äh. Secretariataktion sind noch immer nicht. Also. Sekundärangriff. Ich brauche. Nahrung. Oh. Ein Triceratops. Ich glaube der ist zu groß für mich. Ich suche Lebewesen. Wie ich angreifen kann. Die mir nicht zu groß sind. Da ist ein Pachy. Den Pachy könnte ich. Aber nicht. Den Triceratops. Der will aber zu mir rüber. Geil. Ne. Doch nicht. Der ist zu doof. Aber dafür habe ich einen guten Aussichtspunkt. Ich kann hier sehr viel sehen. Da ist was. Was bist du? Bist du Beute? Du bist Beute. Wo bist du denn? Da bist du. Da ist aber auch ein. Ein Kamerad. Ein Wesen. Aus dem selben Stamm. Ich sehe nichts. Wo ist der Trojan denn? Trojan! Ich sehe dich! Glaube ich! Ich brauche dich! Ich brauche jetzt Nahrung! Ganz viel! Ich brauche Energie! Und davon sogar noch mehr! Weil ich fast tot bin! Lass das mal gucken! Irgendwelche Viecher in der Nähe! Oh, ein Pachy! Toll! Mit dir hätte ich mich gerne angelegt! Aber jetzt nicht! Scheiße! Toll! Du wärst so ein Wunsch... Wunschnahrung gewesen! aber du wirst die perfekte nahrung auszuprobieren funktioniert alles wie ich mir das vorstelle aber ich habe zu wenig energie dafür alles gut haben jetzt ein bisschen ruhe hoffentlich es hackelt es ruckelt wo ist der rex hier muss irgendwo der rex sein sitzen wir wir könnten die augen zu machen das ist eine gute idee wir werden zwar wieder ein bisschen hunger kriegen aber alles gut noch ein trocken aber ich habe zu wenig energie ein bisschen trocken nein das ist einer von uns ein kleinerer ich habe jetzt aber kein bock drauf weil ich durst habe du bist einer von uns ja dachte ich habe jetzt kein bock ich brauche gleich etwas zu trinken wenn ich mich ein bisschen auskuriert habe ich höre doch was ich höre doch was da du riechst mich genau das genau das brauche ich jetzt nicht ich brauche ich muss ich mal umgucken guck ich brauche wasser ich muss mich mal hinsetzen weil ich erschöpft bin wie gesagt das nächste was wir gleich versuchen mal ist ein größeres lebewesen anzugreifen ich weiß nur was trinken das ist ein kroko schon wieder ein kroko scheiße da wird keine nahrung für mich übrig so wo ist der pachy da ist ein trocken da ist ein trocken was sei denn wo ist er wo ist er Nahrung happa happa für den papa der schon zwei dreimal drauf gegangen ist heute da futter diesmal ohne verluste so wir oh also soweit sind wir gar nicht mehr weg vom nächsten level weil wir uns eigentlich relativ gut entwickeln dabei bräuchte ich jetzt mal wieder was zu trinken eigentlich so okay okay schau uns mal um ich gebe es denn sonst noch hier außer kroko und troodons ich will ein paar we wir brauchen wasser da komm ich okay so ähm ja so gehen wir mal ins land rein ins inland oder warten wir genau hier ich glaube das ist eine gute stelle für pflanzenfresser eigentlich da ist wieder ein troodon ich hab grad gefressen ich kann noch einen umbringen um mich auf ein höheres level zu bringen äh mücke so also ich würde sagen das ist ein guter platz für pflanzenfresser das für uns wenn wir welche jagen wollen da ist der troodon und auf der anderen seite ist der pf super 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 mit töten steigt mein level okay aber der pachy ist doch viel interessanter eigentlich was gehen was so wasser okay wir haben hier nur noch vier minuten also voraussichtlich vier minuten gestorben okay ich habe den pachy unterschätzt wir laden jetzt trotzdem noch mal kurz wissen wo wir aufgehört haben bitte nicht da unten wäre scheiße also die stelle wo wir auch vorher wieder angefangen haben wer kacke aber jetzt um einiges mehr nahrung gesammelt hatten weil wir haben eine nacht zwischendurch verbracht oder da müsste eigentlich ab der nacht das wieder zählen wups ja fuck so war da ja was ist da wo die nacht war jetzt hängst du wieder cool macht keinen spaß jung wir brauchen was als allererstes droht und dem ist gerade egal aber laut den kills hätte ich mal besser speichern sollen dann hätte ich besser statistiken gehabt krokod direkt vor der schnauze und wir kriegen es nicht mit gut ich würde sagen wir setzen uns hier hin ich speicher und ich denke mal für heute wird es das gewesen sein weil ich würde mal so sagen wir sind über 30 minuten und ja ähm meiner wollte hinterlassen kommt da gebt ein like abonniert meinen kanal vielleicht sogar äh je nachdem ich werde mich wahrscheinlich äh weiterhin genauso scheiße anstellen wie bisher äh wobei es ja gerade zwischendurch mal ein bisschen besser aussah ich würde mich freuen wenn ihr das nächste mal wieder einschalten würdet und sag mal tschüss und bis bald weil die admitst du 移ird die sind es sie 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 sch b